So, jetzt ist mal Schluss mit den kleinen süßen Scherenfilmen. Alles ganz Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt geht das hier mal zur Sache. Also, segeln können wir leider nicht, weil ein wunderbarer Segelwind, aber er kommt direkt von vorn. Das ist so gemein. Hier hat sich schon so eine Welle aufgebaut und da stampfen wir jetzt durch, weil wir natürlich jetzt nicht unbedingt umkehren wollen. Und deswegen muss das jetzt hier Wasser sein. Kleine Mädchen tanzt Samba. Tschüka! Tschüka! Oh mein Gott! Das ist ein Hammerbewegung. Wir haben jetzt mal das Vorsegel rausgetan, wenn wir jetzt etwas abfallen mussten. Und jetzt können wir so ein paar Windstrahlen einfahren. Hoffentlich werde ich nicht nass hier vorne, wenn ich das filme. Es ist immer noch Dienstag, der 9. Juni. Es ist saukalt. Ein eisiger Nordwest-Halft hier. Katja muss die Stellung halten und muss am Ruder sitzen. Aber es ist wirklich kalt. Das trennt jetzt an die Fußmägel hoch. Ich bin froh, dass ich jetzt mal fünf Minuten hier drinne bin und habe mir gedacht, film einfach mal. Dann kann ich mir die Füße wieder aufnehmen. Aber es ist schon richtig kalt.